Wenn du im Stau stehst und die ganze Zeit denkst, ah, wieder diese Deppen können die nicht fahren. Das ist ein innerer Konflikt. Jedes Mal, wenn du emotional auf etwas reagierst, bist du nicht in deiner Kraft, bist du nicht in deiner emotionalen Mitte, in deinem inneren Frieden. Und das bedeutet, du verlierst Energie. Und wenn du gerade Energie in Mist investierst, kannst du nicht gleichzeitig kreativ liebevoll sein. Funktioniert nicht.